Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserem 1715-Kolloquium der ETA-Bibliothek. Derfi Söli Muesi ist das heutige Referat betitelt. Locker umschreibt der Titel, wie sich Bibliotheksnutzerinnen und Nutzer manchmal vor Ort fühlen, in diesem Fall natürlich nicht so locker. Wir, die Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, erkennen das Problem manchmal erst, wenn Studierende Krach machen, wo eigentlich Stille gewünscht ist. Ich zitiere unsere Referentin. Und wir fragen uns, was los ist. Natürlich ist das Ziel gerade das Gegenteil. Wir möchten, dass die Bibliotheksräume den Zugang zu Informationen unterstützen und ein ideales Umfeld für die Informationsverarbeitung und Wissensaneignung bieten. Dass also der Raum unterstützend wirkt. Unsere Referentin, die ich ganz herzlich hier begrüsse, Dr. Eva Christina Edinger hat sich in ihrer Dissertation mit dem Thema Environment Behaviour Settings und insbesondere auch mit widersprüchlichen Environment Behaviour Settings eingehen befasst. Ihre Dissertation geht von einem interdisziplinären Ansatz der Raumsoziologie und Architektursoziologie aus und umfasst vergleichende Fallstudien zu Bibliotheken in der Schweiz, Deutschland, Norwegen und Grossbritannien. In ihrer Arbeit hat sie Methoden entwickelt, mit welchen die Environment Behaviour Settings untersucht werden können und hat sie auch untersucht an den Bibliotheken. In ihrem weiteren Werdegang war Eva Christina Edinger unter anderem als Lehrbeauftragte an der Uni Konstanz sowie an der HTGW Konstanz in den Studiengängen Soziologie, Psychologie sowie Architektur tätig, so dann als Leiterin der Stabstelle Lehrentwicklung an der PIH Nordwestschweiz und 2016 ist sie Mitarbeiterin in der Hochschuldidaktik der OZH zuständig für Lehr- und Curriculumsentwicklung sowie für das Themenfeld Innovative Lehr- und Lernumgebungen. Nebst dem Arbeitsschwemmpunkt der Mittelbauförderung begleitete sie das Thema Raumsoziologie weiterhin und ich bin nun sehr gespannt, Praxisbeispiele aus diesem Gebiet kennenzulernen und übergebe gern das Wort an Eva. Danke, Gabriela. Hört man mich? Ist der Ton gut? Das muss ich nochmal prüfen, weil ich habe gerade das Mikrofon angeschalten. Ja, danke für die herzliche Begrüßung. Das stimmt ja schon fast gar nicht mehr, was da alles gesagt wurde. Das ist ja so eine lange Liste. Ich hoffe, dass Sie nicht den Eindruck bekommen, dass ich jetzt aus all dieser Breite erzählen werde, sondern ich werde ganz kurz und knackig in 30 Minuten Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln können. Und ich freue mich, dass ich hier in diesem Format sprechen darf, 1715-Kolloquium der ETH-Bibliothek. Das ist für mich als Nicht-Bibliothekarin eine große Ehre und ich freue mich vor allem, dass so viele Leute hierher gefunden haben und durch das Thema angelockt sind. Ich möchte direkt mitten ins Thema starten und zwar, Sie werden die ganze Zeit schon konfrontiert mit der Reader Declaration der Bodleian Library. Für diejenigen, die das nicht kennen, wenn man als Nutzerin oder Nutzer sich anmelden möchte in den Bodleian Libraries in Oxford, dann hat man diesen Bibliotheksschwur laut aufzusagen. Das ist ein grandioses Initiationsritual. Also man sitzt dann da, man muss nicht die Hand heben, man muss auch nicht auf irgendein Buch schwören, aber man muss zumindest laut sagen Hier ist schon mal ganz klar, was man darf und was man nicht darf, beziehungsweise was man nicht darf und nicht soll. Man könnte das auch ganz anders machen. Also das ist ein jahrhundertealtes Ritual, das aber immer noch aktiv ist. Jetzt war ich 2010 in Oxford und durfte das auch mitmachen, aber habe auch noch etwas anderes gefunden und möchte Ihnen zwei Dinge gegenüberstellen. Einmal den Bibliotheksknicke von der Uni Bibliothek in Konstanz. Ich weiß, Konstanzer sind heute auch da. Und einmal noch etwas Aktuelles von den Bodleian Libraries. Links einmal zum Bibliotheksknicke, worum geht es eigentlich? Also man soll allen eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen. Ich weiß, das ist hinten viel zu klein. Die drei wichtigsten Punkte sind, mach keinen Lärm, schütt deinen Kaffee nicht über die Bücher und sei so nett, räume deinen Arbeitsplatz wieder leer, gib ihn anderen frei und implizit steck da auch drin, man soll keine Taschen mitbringen, damit man nicht Unmengen Bücher, die man nicht verbucht hat, hinausträgt. Rechts, Bodleian Libraries, die haben das dann nochmal ein bisschen kompakter gehalten. Vielleicht genau die Punkte ergänzt, die in der Reader Declaration nicht erwähnt sind, nämlich Essen und Trinken. Das soll man unter gar keinen Umständen tun, auch nirgends. Und ich finde diesen Absatz, der kursiv geschrieben ist, ganz wunderbar. Man kann das aber auch noch auf eine dritte Art und Weise machen. Das ist diese hier. Mach kurz und knackig auf einen Blick, wissen Sie alle, worum es geht. Nicht essen, trinken nur in verschlossenen Flaschen, bitte leise sein. Das inkludiert auch, dass man nicht telefonieren darf, beziehungsweise dass das Telefon nicht laut klingeln soll in der Tasche. Womit wir direkt beim Thema wären. Dörfi, Sörli, Morsi. Widersprüchlichen Environment Behavior Settings in Bibliotheken. Ganz kurz das noch, falls Sie es vergessen haben sollten. Der Titel Dörfi, Sörli, Morsi, der ist sicherlich nicht nur für jene, die nicht mit der Mundart vertraut sind, sondern vielleicht auch jene, die sich da zu Hause fühlen, auf den ersten Blick ein bisschen irritierend. Dörfi, Sörli, Morsi. Was will die Frau Edinger da eigentlich von uns? Und genau diese Irritation, die möchte ich heute Abend mitnehmen und Ihnen zeigen, wo sich Studierende in Universitätsbibliotheken, war das aus meinem Hauptfeld, aber eben auch promovierende, Mitarbeitende, Besucherinnen, anderweitige Bibliotheksnutzungsberechtigte irritiert fühlen und nicht wissen, was ist hier eigentlich von Ihnen gewollt. Ich werde Ihnen dazu Beispiele zeigen. Viel Bildmaterial aus einem riesen Korpus von Daten, die ich in den letzten jetzt fast doch über zehn Jahren gesammelt habe. Mir ist ganz wichtig, vorne rein zu sagen, es geht mir nicht darum, Ihnen zu sagen, das ist eine schlechte Bibliothek und das ist eine gute Bibliothek, unter gar keinen Umständen. Ich möchte kein Fingerpointing machen, sondern ich habe so viel Datenmaterial und ich suche immer Bilder raus, Beispiele raus, die besonders prägnant sind, die für ein besonderes Element besonders aufschlussreich sind. Das ist überhaupt gar kein Qualitätsmerkmal für die Bibliotheken, sondern soll uns helfen, etwas zu lernen, wo wir vielleicht noch optimieren können. Ich weiß, es gibt Denkmalschutzrahmenbedingungen, feuerpolizeiliche Rahmenbedingungen. Es gibt Prozesse der Konsensfindung, wo man aushandeln muss, wie jetzt Räume gestaltet sind. Das nehme ich alles in den Hintergrund und sage Ihnen, schauen Sie sich das frei nach dem Aspekt an. Ja, das ist ein Beispiel für etwas, wo wir vielleicht miteinander etwas lernen können. So, jetzt habe ich ganz viel vorneweg gequatscht. Schauen wir uns doch nochmal diese Situation an. Ich möchte Ihnen nämlich den Kontext des Bildes gar nicht vorenthalten. Das ist die Tür, zu der es gehört. Das ist die Lernlandschaft der Hochschulbibliothek der ZHAW in Winterthur. ZHAW-Bibliothek in Winterthur, total beliebt bei Studierenden, auch bei denjenigen, die nicht an der ZHAW studieren, bei denjenigen, die nicht in Winterthur leben. Da gehen unglaublich viele Studierende hin. Ich war letztes Jahr da und dachte, jetzt bin ich aber gespannt. Stand vor dieser Tür und dachte, ui, na gut, dass man nicht essen darf, ist okay. Getränke nur in Flaschen, auch okay. Aber beim Leise sein hatte ich schon meine Probleme im Kontext mit diesem Wörtchen Lernlandschaft. Ich möchte Sie ganz kurz mit hinter diese Tür nehmen und Ihnen einmal zeigen, wie das da aussieht. Ich war an einem Tag da, da war es relativ leer. Ich glaube, es waren drei Leute da. Das heißt, ich musste mir quasi vorstellen, was passiert hier? Und das möchte ich Ihnen zeigen. Hier, bei diesem Setting hatte ich das Gefühl, Kuschel lecker. Da sitzt man zu zweit, kann ein bisschen miteinander tuscheln, man ist ein bisschen abgeschirmt. An Knutschen habe ich auch kurz gedacht. Hier dachte ich, Kreativraum. Da arbeiten Gruppen zusammen, die hängen Poster an die Wände. Das ist super, zum irgendwas hinpinnen. Die sitzen da zu fünf, zu sechs, machen Gruppenarbeit. Daneben noch eine Gruppe. Da kann es vielleicht ein bisschen lebendig werden. Könnte sein. Das finde ich ein ganz großartiges Setting. Ich habe sofort an ein Kaffeehaus gedacht. Man kann die Füße hochlegen, natürlich die Schuhe ausziehen. Man kann Zeitung lesen, man kann miteinander in Kontakt kommen, wenn man möchte, muss aber nicht. Und ein kleiner Seitenhinweis, da würden Sie also diese Gruppenarbeitsplätze, die ich als solche wahrgenommen habe, sehen. Und das finde ich ganz grandios. Das ist so ein Tisch in Omega-Form mit diesen Kibbelhockern drumherum. Die sind grandios, weil man nicht sitzen kann, sondern muss die ganze Zeit mit dem Popo so ein bisschen ausgleichen und kommt automatisch in Bewegung, nicht nur körperlich, sondern auch im Geist und vielleicht auch in ein Gespräch. Und ich dachte an neue Projektmanagement-Modelle, an Scrum, an Daily Standard, wo man einmal am Tag hinsteht und sagt, ich bin gerade an dem und dem dran und mir geht es gerade so und so. Und was machst du? Aber, nur zur Erinnerung, vor der Tür heißt es Psst. Und genau das ist ein widersprüchliches Environment-Behaviour-Setting. Dörfi, Sölli, Morsi, ich weiß es nicht. Nach dieser kurzen Einführung möchte ich Ihnen noch einen kleinen Überblick geben, was ich in den nächsten verbleibenden knapp 20 Minuten noch mit Ihnen vorhabe. Neben Beispiele zeigen, ich möchte einmal ganz kurz auf den Hintergrund eingehen. Also, was ist meine fachliche Herkunft quasi? Was ist da an Datenmaterial, außer diesen hübschen Fotos, die ich mitgebracht habe? Möchte auch noch ein bisschen was zu aktuellen Themen sagen. Dann möchte ich mit Ihnen zwei Beispielbereiche anschauen, von Environment-Behaviour-Settings. Und dann ziehen wir ein kleines Fazit, diskutieren. Und dann freue ich mich natürlich auch mit jedem von Ihnen einzeln beim Avro, soweit es gelingt, in Diskussionen zu kommen. Zum Hintergrund. Es gab ja Anfang der Woche zwei schöne Artikel im Tagesanzeiger. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gelesen hat. Grob gesagt, es kam kurz das Thema auf. Die Universitätsbibliothek Zürich schließt Bibliotheken zusammen. Und es gab diesen Angstaufschrei, da werden Bibliotheken dicht gemacht und da werden Bücher vernichtet. Und ich habe vor allem die Kommentare gelesen. Das wurde dann immer lustiger. Und ich dachte an der Stelle, ich habe es vor zwei Jahren schon mal gemacht. Hier sehen Sie den Link auf den entsprechenden Blogartikel. Ich habe mich mal mit dem Thema befasst, wozu eigentlich Bibliotheken. Klar, das ist meine Grundlage und dazu möchte ich einfach zwei, drei Dinge sagen. Trotz Digitalisierung oder gerade wegen Digitalisierung brauchen wir einen freien Zugang zu Informationen. Mir ist das ganz wichtig, der freie Zugang zu Informationen. Da muss man nicht erst ins UNESCO-Manifest für Bibliotheken schauen, sondern wir wissen das auch so, den bieten Bibliotheken. Und wenn wir sagen, es ist ja alles digital, dann schließen wir manche Fachbereiche komplett aus, dann schließen wir ältere Publikationen aus. Ich glaube, ein Beispiel aus den Leserkommentaren beim Tagesanzeiger war die Archäologie, aber auch bei den Kunsthistorikern, Qualität von Digitalisaten. Und vor allem, ich glaube, es ist eine sehr westliche und auch eine Perspektive von einem sehr reichen und gut mit Infrastruktur versorgten Land wie der Schweiz zu sagen, mit der Digitalisierung steht uns doch alles online zur Verfügung. Wir können alle Bücher online lesen, wir können alle Artikel online lesen. Braucht doch niemand mehr den Ort Bibliothek. Das glaube ich, dass das nicht stimmt. Wir brauchen den Zugang zu Informationen frei. Natürlich gibt es Einschränkungen in Universitäten, wenn es nur bestimmten Gruppen zugänglich ist beispielsweise, aber das sei mal dahingestellt. Dann, was ich ganz wichtig finde, es gibt in der Bibliothek, mit der Bibliothek einen Ort, da stehen Menschen, die vermitteln Informations- und Medienkompetenz. Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind quasi mit der Digitalisierung die Personen, da renne ich bei Ihnen offene Türen ein, ich weiß das, die diese Kompetenzen vermitteln. Also es gibt manche Leute, die wissen noch nicht mal, wie man richtig in Google nach einem Buch sucht. Geschweige denn, dass sie wissen, dass man eigentlich nicht mit Google nach einem Buch sucht. Aber ich muss Ihnen ja gar nicht erzählen, was da alles dahinter steckt. Ich glaube, dafür brauchen wir den Ort der Bibliothek, um diese Kompetenzen uns aneignen zu können, um das irgendwo ausprobieren zu können. Ach ja, da stehen ja Computer rum, da könnte man das direkt mal testen, sich vormachen lassen. Und um auch einen Ort zu haben, wo ich weiß, da kann ich hingehen und diese Fragen stellen. Dann Lern- und Arbeitsatmosphäre, das ist mir auch noch ganz wichtig. Bibliotheken schaffen für gerade an Universitäten und an Hochschulen, für Studierende, aber auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen professionellen Arbeitsplatz. Ich habe das ganz oft in meinen Interviews mitbekommen, dass Studierende und auch Promovierende und teilweise auch wissenschaftliche Mitarbeitende sagen, ja, in der Bibliothek, das ist ein Ort, wo man tatsächlich wissenschaftlich arbeitet. Da setzt man sich hin und da wird man auch von anderen gesehen. Es gibt so eine Art Kontrollfunktion, der Co-Präsenz der anderen. Es ist eine Arbeitsatmosphäre. Ich sage das auch immer, wenn ich jetzt im Büro, angenommen mein Bürogespernli ist nicht da, meinen Kopf auf den Tisch lege und schlafe, das merkt keiner. Wenn ich das in der Bibliothek tue, wenn es jetzt nicht gerade in der hinterletzten Ecke ist, die ich vielleicht ausgespäht habe, dann fällt das durchaus schon auf. Also diese soziale Kontrolle ist da. Und viele Studierende sagen auch, sie haben zu Hause keinen professionellen Arbeitsplatz. Vergleichen sich dann mit anderen Leuten aus ihrem Jahrgang, die vielleicht irgendwo eine Ausbildung machen. Die haben einen offiziellen Arbeitsplatz, einen professionellen Arbeitsplatz. Als Studentin, als Student, da kann ich natürlich auch in der WG-Küche sitzen. Da kann ich in meinem Zimmer sitzen, aber da steht der Fernseher, da ist der Kühlschrank, da ist das Bett, da sind die Kollegen, da trinkt man Kaffee. Das ist alles kein professioneller Arbeitsplatz. Und das wird sehr geschätzt. Und dann kommt noch was Drittes, was Viertes dazu. Die ortsgebundene Identität. Also man würde da heute vielleicht sagen, Corporate Identity. Ich habe das mal hingeschrieben, bin da aber nicht so mit glücklich. Es wird ganz deutlich, dass wenn wir hier beispielsweise historische Gebäude haben, ein Gebäude mit einer bestimmten Geschichte, wo bestimmte Leute auch schon gearbeitet haben, dass Nutzerinnen und Nutzer sagen, ja, wenn ich hier sitze, habe ich das Gefühl einer Wertschätzung. Die gleiche Umgebung, die damals oder eben auch vor weniger langer Zeit um diese Person herum bestand, besteht jetzt um mich herum. Ich fühle mich wertgeschätzt und ich habe das Gefühl, mich in eine lange Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einzureihen. Das heißt, es ist auch ein Stück weit ein Hineinwachsende in die Scientific Community über diese Ortsgebundenheit. So, damit genug, wozu Bibliotheken direkt weiter, weil das wissen Sie sowieso alles. Was ist denn mein Hintergrund? Ich bin Soziologin, ich habe Soziologie, Philosophie, Kunst und Medienwissenschaften studiert. Also so ein Strauß von Geistern und Sozialwissenschaften und habe mich dann in der Raum- und Architektursoziologie vertieft. Und deswegen ist meine Theorie oder der Hintergrund, der theoretische Hintergrund von meiner Arbeit auch raumsoziologisch. Ich gehe von einem relationalen Raumbegriff von Martina Löw aus, die sagt, der Raum ist sozial konstruiert. Und zwar durch unsere Position im Raum, durch die anderen, die da sind, durch die Gegenstände, die da sind und wie wir das wahrnehmen. Kleines Beispiel, ich könnte mir jetzt erlauben, aufgrund meiner sozialen Position jetzt im Moment hier auf den Tisch zu steigen und vom Tisch aus zu Ihnen zu sprechen. Ich glaube, wenn das jemand von Ihnen machen würde, käme das extrem komisch. Bei mir würden Sie es vielleicht noch nachsehen. Und das sagt etwas auch über dieses frontale Setting zum Beispiel aus. Warum stehe ich denn hier vorne und Sie gucken alle zu mir? Also der Raum ist sozial konstruiert und dann gibt es noch das, was genannt wird, die Dualität von Struktur und Handeln nach Anthony Giddens, wo man auch sagen könnte, die Dualität von Raum und Handeln, der Raum, wir konstituieren den Raum und so oder gestalten uns den Raum so, wie wir uns Gesellschaft vorstellen. Also durch unser Handeln wird Raum gestaltet und auf der anderen Seite wirkt sich die Gestaltung des Raumes aber auch unser Handeln zurück. Das heißt, diese beiden sind reziprok. Jetzt könnte man sagen, ja gut, okay, gibt es nicht vielleicht doch auch bestimmte Settings oder Rahmenbedingungen, bei denen sich die Mehrheit der Personen oder eine bestimmte Teilgruppe ähnlich verhält? Also nicht nur, dass wir den Raum uns gestalten und der Raum auf uns einwirkt, sondern dass wir sagen können, in solch einem Raum verhält man sich tendenziell so und in solch einem Raum verhält man sich tendenziell so. Das ist genau das, was Roger Barke vor über, na jetzt sind das schon über 50, nein doch 50 Jahre, mit den Environment Behaviour Studies versucht hat. Also sie haben versucht herauszufinden, ob es Umweltsituationen gibt, die ein bestimmtes Verhalten beschreiben. Und das ist tatsächlich so, also dass wir typische Patterns of Behaviour and Milieu haben, wie das Roger Barke nennt. Also Muster, in denen wir sagen, ja, da ist dieses Verhalten eher wahrscheinlich als ein anderes. Oder man könnte jetzt mit der Akteur-Netzwerk-Theorie etwas jünger von Bruno Natur argumentieren, dass tatsächlich die Architektur als Akteur etwas mit uns tut, uns zu etwas Bestimmtem leitet. Und diese Patterns of Milieu and Behaviour oder Behaviour and Milieu versuchen sich natürlich Planerinnen und Gestalterinnen zunutze zu machen. Und die sagen, ja, warum bauen wir denn jetzt eine bestimmte Bibliothek, einen bestimmten Innenraum, nicht in der Art und Weise, da sollen die Leute dann das und das machen. Und dann ist plötzlich die Überraschung groß, wenn das eben nicht passiert. Wie Gabriella das am Anfang gesagt hat, wenn man sich eigentlich denkt, das ist ein ruhiger Arbeitsbereich und plötzlich wird er geschwätzt ohne Ende. Und wenn man sich dann wundert, warum ist das so, dann könnte man nach Bruno Natur vorgehen. Und Bruno Natur sagt, naja, es stecken immer soziale Aspekte im Materiellen drin. Das heißt, wir haben immer Hybride aus Menschen und Dingen. Und wir müssen uns vielleicht angucken, wenn wir etwas sehen, was wir nicht verstehen, ob das vielleicht eine Blackbox ist, die wir ja auseinanderbauen können und sagen können, das ist der materielle Anteil und das ist die soziale Funktion. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, eine Bodenschwelle, das kennen wir alle, fahren richtig schnell auf diese Bodenschwelle zu und kurz vor allem, irgendwann, ui, Stoßdämpfer, abgebremst, damit wir uns da nichts kaputt machen. Sowas ist extrem teuer, ich weiß das, aus eigener Erfahrung. Diese Bodenschwelle hat eigentlich eine soziale Funktion. Da würde eigentlich ein Verkehrskadett stehen und sagen, langsam fahren, Schule oder gefährliche Straßenausfahrt. Und diese Verkehrskadett ist quasi in diese Bodenschwelle materialisiert. Das heißt, es ist eine Blackbox, die wir aufmachen können und mal reinschauen können, wieso fahren die Leute da langsam. Und genau das Gleiche können wir bei Bibliotheksräumen auch machen. Wir können uns angucken, wieso schwätzen die Leute da, wo sie eigentlich leise sein sollen. Was steckt denn da alles an sozialer Implikation in der gebauten Umwelt drin? Und wie habe ich das gemacht? Riesen-Datenmaterial. Ich habe meine DISS gemacht 2007 bis 2014. Ganz viel lange mit jeder Menge teilnehmender Beobachtungen, Interviews. Ich habe mentale Karten von Bibliotheken zeichnen lassen, Gruppendiskussionen gemacht und so weiter und so fort. Und habe dann nach der DISS auch nicht wieder aufgehört, sondern ich war so mit meinem Thema angefressen, dass ich auch weiter gesammelt habe. Das heißt, Sie bekommen hier auch immer wieder Material gezeigt, was über diesen Zeitraum hinausgeht, das ich zum Beispiel als ergänzendes oder kontrastierendes Material nutze. So, ganz, ganz lange gesprochen. Jetzt zu den Settings. Zwei Sachen mitgebracht. Lärm versus Stille und kollaborative versus individuelle Arbeitsbereiche. Schauen wir uns erst mal Lärm versus Stille an. Was erkennen Sie denn hier auf diesen drei Bildern? Na, Sie lachen alle. Genau, die Ohrstöpselautomaten. Wir haben hier einmal einen Ohrstöpselautomaten in der Unibib in Bern. 2013 habe ich den fotografiert. Dann vor ungefähr sechs Wochen an der Hochschule der Medien in Stuttgart habe ich diesen Ohrstöpselautomaten gefunden. Und einen Ohrstöpselautomat 2010 in der Unibib in Konstanz. Und was sagt uns ein Ohrstöpselautomat? Es ist laut. Und wenn es dir zu laut ist, dann ist das dein Problem. Dann kauf dir doch bitte so ein Ohrstöpsel. Komisch eigentlich. Weil eigentlich sollen die Leute doch da leise sein. Das ist schon der erste Punkt. Wenn man sich zum Beispiel hier an der Hochschule der Medien umdrehen würde, das heißt Ohrstöpselautomat im Rücken, dann würde man den, also hinter einem liegt der Eingang von der Bibliothek der Hochschule der Medien, linke Hand der Ohrstöpselautomat, vor einem dann die Infotheke. Na, da wird immer geschwätzt. Da sind ja Fragen gestellt. Da wird beraten. Da wird unterstützt. Und direkt anschließend ist der Einzelarbeitsbereich mit leisen Arbeitsplätzen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Und der Ohrstöpselautomat signalisiert gleich, hier ist es eigentlich nicht leise. Das heißt, da spielen zwei Sachen gegeneinander. Das Schild, hier sind Einzelarbeitsplätze, hier ist Ruhe zu wahren und der Ohrstöpselautomat. Was stimmt denn nun? In Konstanz, das ist eine ganz ulkige Situation hier, eigentlich ist da der Buchbereich mit so einem, was ist das denn, so einem blau-grau-grün-irgendwas-Teppich ausgelegt. Und hier diese Rampe mit dem roten Teppich, ich möchte ja gar nicht sagen, dass das auffällig ist, führt zum Buchbereich der Rechtswissenschaften. Und diese Rampe führt einmal hier durch ein Gebäudeteil hindurch. Und in diesem Buchbereich stehen rechts und links Regale. Also zumindest war die Situation 2010 so. Stehen rechts und links Regale, da sind auch Einzelarbeitsplätze. Aber es ist nun mal einfach so, dass wenn man auf dieser Rampe läuft, da hat man das Gefühl, ich bin im Transitbereich. Also ich bin da schnellen Weges unterwegs Richtung Rechtswissenschaften, dass da rechts und links Buchbereiche sind, dass da rechts und links Leute arbeiten und es leise haben wollen. Überlege ich mir nicht. Also auch hier ein Widerspruch. Transitbereiche sind generell ein Problem. Zum Beispiel Treppen. Treppen sind eine wunderbare Kommunikationssituation. Auch wieder Juristische Bibliothek in Konstanz. Roter Teppich. Da treffen sich drei Studentinnen und Studenten und halten ein Schwätzchen auf der Treppe. Es prädestiniert dafür. Was man nicht sieht, ist, dass hier hinten, also am Ende der Regale, Arbeitsbereiche sind. Und in meinen Interviews wurde mir gesagt, naja, wenn du da einen Arbeitsplatz suchst, niemals bei der Treppe. Immer auf der anderen Seite vom Raum. An der Treppe ist unglaublich laut. Nicht das Treppengeräusch, sondern tatsächlich, weil die Leute anhalten und schwätzen. Ein ganz anderes Setting haben wir rechts. Central Library in Manchester. Da hat man allein schon von dieser Raumstruktur das Gefühl, da ist man wohl leise. Da hat man wohl leise zu sein. Das ist ein Arbeitsbereich. Links Transit, rechts Arbeitsbereich. Ja, und dann war ich 2016 eben in der Central Library in Manchester und dachte, gucke ich mir mal die Musikbibliothek an. Dachte, da gibt es Noten, da gibt es Geschichte, Musikgeschichte. Und dachte die ganze Zeit, was ist denn da draußen auf der Straße los? Da ist irgendein Marsch, da passiert etwas. Bin zum Fenster, habe aber nichts gesehen. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich bin Soziologin, ich darf das. Bis ich dann festgestellt habe, das ist nicht draußen, das ist drin. Da gibt es ein Schlagzeug, da gibt es Gitarren, da gibt es Klaviere, da wird Musik gemacht in der Bibliothek. Das muss man sich auch immer überlegen. Also das ist komplett gegen unsere Erwartungen. Kommen wir zu kollaborativ versus individuelle Arbeitsbereiche. Das ist die von Rollbibliothek in Bern. Kollegen aus Bern, da. Ich wurde da einmal gefragt. Eva, sag mal, wieso macht denn hier abends keiner das Licht aus? Gute Frage. Schauen wir uns das gemeinsam mal an. Also hier ist eine Lampe, da ist eine Lampe, dann ist Lücke, dann ist hier wieder eine Lampe. Da sitzen also quasi sechs Leute um zwei Lampen herum. Das ist aber Einzelarbeitsbereich. So, ist ein bisschen blöd. Wenn ich die Lampe an- oder ausmachen will, muss ich das oberste Gesetz der Bibliothek brechen. Ich muss sprechen. Jetzt ganz blöd hat es diese junge Dame. Eigentlich ist sie im Vorteil, sie hat zwei Lampen, eine rechts, eine links. Aber dummerweise muss sie sich im schlimmsten Fall, je nachdem, welche Leute sie fragt, mit drei anderen abstimmen, darf ich an- oder ausmachen. Und dann ist natürlich überhaupt nicht klar, wer die Macht über die Lampe hat. Habe ich sie nicht angemacht, mache ich sie nicht aus. Ist ja nicht meine Lampe. Also hier wurden Einzelarbeitsplätze gebaut. Die Lampen sagen aber Gruppenarbeitsplatz. Unterschiedliche Sozialformen fordern also unterschiedliche Räumlichkeiten. Zum Beispiel haben wir hier so Einzelarbeitsplätze, die sind wirklich so abgetrennt. Dann hat man Einzelarbeitsplätze, Oxford Social Science Library. Die sitzen aber zu zweit an einem Tisch. Und dann hat man eigentlich Einzelarbeitsplätze, das ist kein Gruppenarbeitsbereich. Die sitzen dann aber zu sechst am Platz. Und dann sieht man genau an der Platzbelegung, wie die Leute sich das aufteilen. Der Erste, der kommt, setzt sich ans Fenster. Das ist immer beliebt, der Fensterplatz. Der Nächste, der kommt, der setzt sich schräg gegenüber versetzt. Oder hier auf diesen Stuhldall, sonst müsste man sich ja angucken. Deswegen am allerbeliebtesten sind eigentlich bei Leuten, die alleine arbeiten wollen, diese Plätze. Ich sitze ganz alleine und schaue aus dem Fenster raus. Mit niemandem Kontakt. Dieser Interview-Ausschnitt zeigt das ganz deutlich. Da sagt eine Studentin, Und was machen die Studenten dann? Coping-Strategien. Hier sieht man zweier Plätze. Also das sind einmal zwei Plätze und nochmal zwei Plätze. Lincoln College Library. Die teilen in der Prüfungszeit, gibt es so eine Art Tombola, da kann man losziehen. Und wenn man Glück hat, kriegt man so einen festen Arbeitsplatz für die Prüfungszeit. Wenn man Pech hat, muss man irgendwo anders hingehen. Jetzt ist das aber uncomfortablely close. Was macht man? Man spricht sich ab. Die einen kommen am Vormittag, die anderen am Nachmittag. Und die Hälfte der begehrten Plätze sind also dauerhaft unbesetzt. Und jetzt bin ich quasi fast schon am Ende und kann nur noch ein klitzekleines Fazit ziehen, das ich hier eingebaut habe. Eine Bibliothek für alles oder alles für eine Bibliothek? Das ist die Frage. Eine Bibliothek für alles, das wäre quasi, wenn man sagen würde, naja, da machen wir ganz offene Räume, kann man gestalten, wie man will. Halte ich bei Bibliotheken für schwierig. Bei Lernumgebungen wird das jetzt gemacht. Ich habe hier einmal, jetzt hat es funktioniert, ein Bild von der Bildungswerkstatt der TH Köln mitgebracht. Dort haben die ganz coole Möbel gebaut. Nämlich so einen Hocker, den man auch als Podest stapeln kann, aus dem man ein Tischchen machen kann. Und so einen Bock, wenn man vier Böcke aneinanderstellt, hat man auch noch einen Gruppenarbeitsplatz. Man kann auch so ein Brett über zwei Böcke drüberlegen. Also man könnte ganz flexibel gestalten, was man haben möchte. Wenn ich das in einem Seminarraum mache, total toll. Dann kann der Dozent kommen und kann sagen, so, heute will ich Stuhlkreis haben, morgen will ich eine Werkstattatmosphäre und übermorgen möchte ich lauter so Böcke haben, weil ich mache einen Apero und dann soll es einen Stehempfang geben. Alles möglich. In der Bibliothek, wenn Sie sich ganz an den Anfang erinnern, wie beispielsweise die Lernlandschaft von der ZHAW, ist das total schwierig. Da kommen ja nicht 40 Leute, die alle zusammengehören, sondern da kommen vielleicht 20 verschiedene Parteien, Einzelpersonen, Gruppen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich der Meinung, da braucht es ganz klare Vorgaben, wie der Raum zu nutzen ist. Also als allererstes empfehle ich Ihnen reversibles Blackboxing. Wenn die Studierenden oder die Nutzerinnen und Nutzer sich nicht so verhalten, wie sie das vielleicht sollten, dann mal genau hinschauen, was der Raum vielleicht noch alles sagen könnte. Sagt der Raum denn hier, leise sein? Oder sagt der Raum vielleicht, ich bin Transit? Sagt der Raum, hier ist Gruppenarbeit? Oder sagt der Raum, hier ist Einzelarbeit? Und schauen Sie sich alle Details an. Überlegen Sie sich, was machen die Lampen, was machen die Stühle, was macht die Abtrennung? Wie könnte man das wahrnehmen? Wie ist auch der Zugang? Haben wir vielleicht die passenden Schilder zum passenden Setting? Und wenn Sie dann merken, da kann man etwas optimieren, dann wäre es ganz schön, eindeutige Lernräume zu gestalten. Aber das ist ein absolutes Ideal. Es wird immer so sein, dass manche Leute sich anders verhalten, als man das vorhat. Vielfalt schaffen, aber die Varianten müssen in sich schlüssig sein. Also das ist alles für eine Bibliothek. Ich kann in einer Bibliothek Einzelarbeitsplätze schaffen, an denen es ruhig ist, vielleicht sogar laptopfreie Zone, weil das Geklackere so laut ist. Ich kann Gruppenarbeitsplätze gestalten, aber uns ist allen irgendwo klar, das direkt nebeneinander zu machen. Oder die Ruhebereiche direkt neben der Infotheke, das ist vor allem für die Mitarbeitenden total anstrengend. Rolex Learning Center ist so ein Beispiel. Die können ja noch nicht mal miteinander lachen, ohne dass irgendjemand kommt und sich beschwert und sagt, hier, leise im Ruhebereich. Also, für alle ungünstig. Die Varianten müssen in sich schlüssig sein. Denken Sie an von Roll und probieren Sie es selber aus. Gehen Sie mal in Bibliotheken und überlegen Sie sich, ist hier klar, was man soll? Also, Dörfi, Söli, Mursi, Leis, Lies, Lixi oder Laut oder darf ich hier mit Gruppen arbeiten oder ist es nicht erwünscht? Hier habe ich Ihnen noch ein bisschen Literatur mitgebracht und dann mit einem ganz klaren Setting möchte ich schliessen und Dankeschön sagen. Ich freue mich auf die Diskussion. Für die Diskussion, die jetzt starten kann, wir haben etwa eine halbe Stunde Zeit im Plenum und danach gibt es noch viel Zeit draussen beim Aparo, wozu Sie alle ganz herzlich eingeladen sein werden. Jetzt für die Diskussion bitte ich um Handzeichen, damit wir mit den Mikrofonen, mein Kollege Jonas Stöckli und ich, zu Ihnen kommen können, sodass alle von der Frage, die Frage mithören. Gibt es? Ist alles klar geworden? Gab es denn nutzerseitig irgendwelche Präferenzen, also in Richtung Lernräume, Gruppenarbeitsplätze, Einzelarbeitsplätze, also Wünsche oder war das überhaupt Teil auch dieser Interviews? Zwei Fragen. War es Teil der Interviews? Ich habe die Interviews als Leitfadeninterviews gestaltet und die haben sich teilweise in ganz verschiedenen Richtungen entwickelt. und ich habe immer nach zwei Dingen gefragt. Ich habe nach dem Lieblingsort gefragt, um herauszukriegen, wo behält man sich denn besonders gerne auf? Und ich habe nach der idealen Bibliothek gefragt, um eben genau auch solche Dinge herauszufinden. Klar, man könnte das jetzt mit einer großen Bibliotheksstudie auch nochmal machen. Dazu hatte ich bisher noch nicht wirklich die Gelegenheit. Ich habe mal einen Fragebogen für eine Hochschule entwickelt, der in die Richtung geht. Aber um die Frage 1 zu beantworten, ob es da Präferenzen gibt, nicht wirklich, weil es ganz unterschiedliche Settings gibt. Und da spricht auch ein Stück weit die Hochschuldidaktikerin in mir, wenn jemand eine Hausarbeit zu schreiben hat, dann wünscht er sich eher ein leises Setting. Vielleicht nochmal eines, wo man zu zweit nebeneinander sitzen kann, wo man seinen Kommilitonen, seine Kommilitonin mitnehmen kann und quasi so eine Art Leidensgemeinschaft schaffen kann. Wo es aber nicht darum geht, sich auszutauschen, sondern einfach nebeneinander zu sitzen. Das ist besser, als wenn da jemand irgendwie Fremdes sitzt. Nimmt man doch jemanden Vertrautes mit, mit dem man auch die Pausen gestalten kann. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt Gruppenarbeiten zu machen habe, dann möchte ich andere Räume haben. Was grundsätzlich Themen sind, ist, wenn Gruppenarbeitsplätze dann doch bitte reservierbar. Es muss das Licht gut sein. Es muss ein Stück weit alles selbst gesteuert sein. Also ich möchte das selber gestalten können. Ich möchte mir einen Flipchart hinzuziehen. Ich möchte eine Stellwand dazu haben. Ich möchte vielleicht die Möglichkeit haben, auf einer großen Leinwand oder einem großen Bildschirm irgendwas zu zeigen, wenn ich denn in Gruppe arbeite. Bei den Einzelarbeitsplätzen neben Licht und Lärm ist häufig auch noch das Thema Luft. Also die drei Ls, wenn man das so zusammenfasst, ein Thema, dass man sagt, ich möchte doch gerne lüften. Ich möchte irgendwo das Gefühl haben, dass das auch ein Stück weit mein Platz ist, den ich mir aneignen kann. Aber dass es da jetzt Mengengerüste gäbe, darauf möchte ich mich auch nicht versteifen. Vor allem möchte ich mich nicht darauf versteifen, weil wir auch immer mehr darauf schauen, wie gestalten wir den Lernsettings im Rahmen der Curricula und verändert sich das? Jetzt, wenn wir auf die Uni-Bibliotheken gucken oder auf die Hochschulbibliotheken. Was das für eine Stadtbibliothek heißt, das mag was ganz anderes sein. Das heißt, es ist tatsächlich die Vielfalt. Und es hat sich in den Interviews häufig gezeigt, dass die Nutzerinnen und Nutzer unterschiedliche Plätze zu unterschiedlichen Tageszeiten und mit unterschiedlichen Bedarfen aufsuchen. Zum Beispiel aus einem Interview in Oxford sagte mir eine Studentin, wenn ich ein Thema neu erarbeite, dann möchte ich in die Freihandbibliothek. Ich möchte an den Regalen entlang flanieren. Ich gehe in den Buchbereich, in dem mein Themenfeld steht. Vorausgesetzt, wir haben da nicht numerus currens. Das wäre jetzt eine ganz blöde Lösung. Und möchte mich einfach mal durchbrowsen. Bücher herausnehmen, mich ein bisschen einlesen. Das ist was anderes, wenn ich mich vertiefe, dann brauche ich einen anderen Arbeitsplatz. Und bei manchen, die sagen das auch, es hängt davon ab, welchen Lernanlass ich habe. Also ist das jetzt nur eine halbe Stunde mal schnell irgendwo hin? Dann sind so Stand-up-Areas ganz beliebt. Mal kurz irgendwo in der Nähe von Vorlesungsräumen, zwischen Vorlesungsraum und Mensa, zwischen Mensa und Sport, wie auch immer, mal kurz hinstellen. Dann will man keine langen Wege in Kauf nehmen. Das heisst, es ist tatsächlich sehr divers. Hier hilft jetzt nicht wirklich viel. Da wissen wir genauso wie vorher. Ich habe noch eine Frage zu dieser Wintertour-Bibliothek. Also die wollen ja eigentlich eine ruhige Bibliothek und haben aber so das Setting nach eben Austausch und so gemacht. Waren Sie auch mal drin, als viele Leute da drin waren? Nein, ich habe danach gefragt. Ja. Und was man mir gesagt hat, weil ich jetzt vom Umfang her, das wäre ja wieder auch nur eine singuläre Beobachtung gewesen, man hat mir gesagt, dass es darauf ankommt, wer morgens als erstes kommt. Wenn es drei einzelne Leute sind, die da ganz leise arbeiten und die da drauf kochen, da draußen steht, pscht, dann ist es eher ein leiser Tag. Und wenn da von Anfang an drei Gruppen sind, die lärmig miteinander arbeiten, dann wird es eher ein lärmiger Tag. Aber ich frage ins Plenum. Gibt es Leute aus Wintertour, die das in einer anderen Weise beobachtet haben? Ich bin gleich geoutet. Ja, hallo, Silvia Wanke, Standardleiterin von Wintertour. Also es ist sehr schwer, dieses Gebäude oder auch den Raum zu bewirtschaften. Es ist so, wie Sie es gesagt haben. Jetzt im Moment ist es noch ruhig. Also es gibt ruhige Tage. Und es gibt aber dann wieder laute Tage. Das reicht, wenn eine Gruppe in diese Lernlandschaft kommt und Lärm macht, dann ziehen alle hinterher. Deswegen war dann auch wirklich, das ist eine Entscheidung, dieses Symbol, also die Beschriftung kam natürlich wie immer später, dieses Symbol mit dem Psst zu machen, einfach um zu signalisieren, hey, ihr könnt ja sprechen, ihr sollt ja auch kollaborativ arbeiten, aber bitte einfach nicht so laut. Und ich weiß nicht, diese, also es ist sehr vieles in dieser Lernlandschaft nicht zu lösen, auch zum Beispiel das mit dem Essen, was, also, ja, von dem her tröstet mich Ihr Vortrag sehr, dass es diese Widersprüche wahrscheinlich einfach gibt. Aber wenn es, also ich wäre sehr interessiert zu wissen, was es noch zu optimieren gäbe, ich würde Sie schon mal auf einen ganz großen Kaffee einladen. Da freue ich mich doch schon mal sehr darüber, über diese Einladung. Ich kann vielleicht an der Stelle noch was zum Essen sagen. Also ich habe Ihnen auf dieser Skala, die ich aufmachen kann in meinem Datenmaterial, das eine Extrem gezeigt. Oxford Body Libraries, da wird nicht getrunken, da wird nicht gegessen, da wird noch nicht mal ein Hustenbonbon gelutscht. Das ist ein ganz großes Problem, weil wenn ich kein Hustenbonbon lutsche, dann muss ich laut husten. So, Sie sehen auch da einen Widerspruch in sich, den wir aber nicht lösen können. Was ich da in den Interviews auch gehört habe, dass Studentinnen und Studenten sagen, man ist irgendwann so dehydriert, man kriegt ja einen Rappel im Kopf. Die gehen dann in die Treppenhäuser und sagen, dann machst du so ein bisschen Dehnübungen, damit du überhaupt deinen Kreislauf wieder zum Laufen kriegst. Dann vielleicht gehst du dann doch mal aufs Klo und trinkst ein bisschen Wasser, wenn es keiner sieht. Wo kein Kläger, kein Richter heißt, das ist doch so schön. Auf der anderen Seite dieses Spektrums gibt es auch ein Beispiel. Ich war 2011 auf Konferenz in Oslo und habe mir dort auf dem Blindern Campus die Bibliothek angeschaut, beziehungsweise ich bin da hin und habe eine kleine erste Beobachtung gemacht. Und es fing schon damit an, ich gehe da rein und denke, krass, also irgendwie Mensa direkt nebendran, Asiastand, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir so einen schönen Arbeitsplatz gesucht und dann stelle ich fest, das wird immer schlimmer und dann saß quasi fünf Meter von mir entfernt jemand und hat da ganz fröhlich Nudelsuppe gegessen. Total irritiert. Ich dann also wieder an die Infotheke oder an die Begrüßungstheke, wie ich das auch gerne nenne, weil man wird ja sehr freundlich begrüßt und informiert. Und ich habe gemeint, das ist aber komisch. Also da oben sitzen einige Leute und sind am Essen. Also ich meine, das beste Mittagszeit, ja, aber Essen in der Bibliothek. Skandinavische Gesellschaft, ach ja, das ist schon okay bei uns. Da kommen einige, verbringen ihre Mittagspause, halten da vielleicht auch ein Schwätzchen. Ist für uns okay. Ist auch bisher nicht viel passiert. Außer wenn es ganz arg riecht. Also so Döner oder so. Das wäre jetzt nicht mehr okay. Das ist das andere Ende dieses Riesenspektrums zum Essen und Trinken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist meine Leidenschaft für Bücher viel zu groß. Ich mag keine Kaffeeflecken. Ich mag keine Salamischeiben, die auf irgendwelche Bücherseiten fallen. Mir widerstrebt das. Ich kann mir aber vorstellen, in Lernlandschaften, in denen kein Freihandbuchbestand da ist und in dem ein gut putzbarer Boden ist, wäre das vielleicht denkbar. Aber das ist jetzt ein ganz persönliches Statement. Mich würde noch interessieren, wie wichtig Schilder sind. Also diese normative Schriftlichkeit. Eigentlich hat der Vortrag ja gesagt, der Raum spricht dann mit den Leuten und die Leute reiten sich den Raum an und die Schilder, die wollen eigentlich dann sagen, wie es sein soll. Muss man überhaupt ausschildern? Und wenn ja, wie? Gute Frage. Also, Schilder zu Verhaltensregeln. Also ich möchte jetzt nicht über Orientierung und Navigation und Signaletik sprechen. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber zu Verhaltensregeln. Der Raum spricht ein Stück weit für sich. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade wenn man eine gewisse Nähe hat und Lärmemissionen zum Beispiel nicht vermeiden kann, die in ruhige Arbeitsbereiche gehen, oder in diesem Kontext, wo ich vorher sagte, Laptop-freie Zone. Das sieht man nicht. Also man sieht nicht, ob ein Arbeitsbereich tatsächlich komplett still ist. Da braucht es sicherlich Schilder. Jetzt ist aber die Frage, wie macht man die Schilder? Macht man die Schilder mit Bildern? Macht man die Schilder mit Sprache? Ich habe leider kein Beispiel dabei. Aber am allerliebsten mag ich doch die Kalatrava-Bibliothek von den Rechtswissenschaften. Weil die setzt nämlich voraus, dass man im Latein zumindest ein bisschen bewandert ist. Also wo ein Silenziumschild steht. Da müsste man mit Schweigen rechnen, dass Parlatorien Gruppenarbeitsräume sind. Das erschließt sich vielleicht auch noch. Und dann, wenn ich es ganz, ganz besonders gerne mag, das ist die Bibliothek in Stuttgart am Mailänderplatz. Das ist eine Stadtbibliothek für die Öffentlichkeit zugänglich. Und jetzt dürfen Sie mal raten, was sich hinter dem Bereich Skriptorium befindet. Die Schreibstube, genau, das sind die PC-Arbeitsplätze. Aber das für den gewöhnlichen Schwaben. Also ich bin selber aus Stuttgart. Ich bin selber Schwäbin. Ich darf das sagen. Die Schwaben können kein Latein so in der Form, dass ihnen das klar ist, dass ein PC-Arbeitsplatz bei Skriptorium ist. Das heißt, Schilder sind in vielen Fällen nicht vermeidbar oder auch nicht überflüssig. Aber sie sollten sich erklären und sie sollten eben nicht konträr zu dem stehen, was da gezeigt wird. Das heißt immer, es gibt Software, die ist intuitiv bedienbar. Das stimmt nicht. Ein Stück weit muss man die Leute an die Hand nehmen. Die Frage ist nur, wie. Die Leute von der RWF-Bibliothek grinsen. Also wenn ich Sie jetzt recht verstehe, dann wäre eigentlich die ideale Bibliothek riesig. Sie hat Räume für morgens, für abends, für die Bedürfnisse von Gruppen, von Einzelnen. Aber wir haben ja genau mit Platz zu kämpfen. Wie kann man das auflösen? Könnte man das auflösen? Ich würde mir auch eine riesengroße Bibliothek wünschen. Das fände ich auch mal spannend. Und es gibt noch ein paar ganz große, die auf meiner Reise-Wunschliste stehen. Natürlich, die Probleme haben alle. Ich würde sagen, ja, klare Settings und sich überlegen, welche Settings man gestaltet. Ich sehe, also, gleiche Frage wäre, braucht man ein Makerspace in jeder Bibliothek? Da würde ich auch sagen, ein Makerspace braucht man in einer Lernlandschaft wie einer Universität. Universität, Uni Zürich, riesengroß, ETH, riesengroß, jede Menge Standorte. Irgendwo ein Makerspace macht Sinn. Muss der unbedingt in jeder Bibliothek sein? Nein. Bestimmte Arbeitsplätze, Einzelarbeitsplätze, Arbeitsplätze, an die man schnell kommt, wo man nicht ewig durch drei, fünf, sieben Schleusen durch muss. Das heißt, zwischen Veranstaltungen mal schnell noch eine E-Mail lesen kann, ein Skript runterladen kann, vielleicht doch noch mal die Folien anschauen kann vom Professor. Das ja, aber nicht in ausufernder Menge. Das heißt, das muss eine gute Mischung sein. Und genau das ist es ja, was die Bibliotheken immer wieder versuchen, wo ich auch die Bemühungen sehe, Mengengerüste, und das trifft auch auf die Frage von vorher wieder zu, ein Stück weit, Mengengerüste zu finden, wie gewichtet man das? Und was ich mir da als Hochschuldidaktikerin auch wünsche, dass man sich überlegt, was sind denn gängige Settings im Moment und was sind gängige Settings in Zukunft? Ich glaube zum Beispiel, dass Arbeitsgruppen über sechs Personen aus didaktischer Perspektive schon gar nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich Gruppenarbeitsbereiche anlege und da irgendwie Zehner-Tische mache, da habe ich dann gleich zwei Gruppen dran, die gegeneinander anschreien müssen und dann schaukelt sich das hoch, wie wir das jetzt von der ZHAW gehört haben. Also ich glaube, die gute Mischung macht es, im Zweifelsfall auch auf etwas verzichten und sagen, gut, dann haben wir das eben halt nicht. Und das sinnvoll staffeln im Gebäude. Ich glaube, diese Abfolgen, also dass man sich überlegt, wann kommen die Nutzerinnen und Nutzer mit, welchem Schwerpunkt, mit welchem Lernanlass, ist das jetzt etwas, was sich eher beim Eingang befindet, eher etwas, was weiter hinten befindet. Sind sie nur kurz da, sind sie lang da? Das sind alles Dinge, über die man nachdenken sollte. Ich habe noch eine Frage. Ich komme von der Bibliothek Münstergasse in Bern. Und wir sind einerseits Lernort für die Studenten und andererseits aber auch Kantonsbibliothek. Das heisst, wir haben so ein Publikum, das sich zusammensetzt, so aus allen möglichen Leuten bis hin zu Obdachlosen. Und wir fragen uns ein bisschen, geht das, kann man das überhaupt irgendwie sinnvoll organisieren oder ist das vom Setting her schon gar nicht möglich? Gute Frage. Also, ich bin ja auch Soziologin, also mir widerstrebt es jetzt zu sagen, und da machen wir dann Bereiche für die Studierenden und da machen wir Bereiche für alle anderen. Und dann kommt das in kleinteilige Aufteilungen. Dann sind wir hier bei, wie wir das aus dem angelsächsischen Raum kennen, undergraduate rooms und graduate rooms und dann gibt es noch irgendwo für die Mitarbeitenden Räume, sowas habe ich auch schon gesehen. Ja, je höher man im akademischen System wandert, desto eher fühlt man sich geehrt, wenn man dann einen eigenen Raum hat. Aber eigentlich ist es aus der soziologischen Perspektive nicht wirklich schlau. Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, aus welchem Kontext ein Lernanlass entsteht. Also, wenn da eine Gruppe sitzt und miteinander diskutiert und etwas erarbeitet, dann kann es meinetwegen eine Gruppe von fünf Rentnerinnen und Rentnern sein, die jetzt ihre nächste Bergtour mehrtägig planen. Das kann aber auch eine Studentengruppe sein, weil die sitzen miteinander und arbeiten. Ich glaube, das ist wichtiger, dass man das trennt. Jetzt haben Sie aber auch das Thema der Obdachlosen angesprochen, die das eine oder andere warme Plätzchen suchen. Auch das kenne ich. Da gäbe es noch viele ganz andere Zielgruppen. Liebes Pärchen in der Bibliothek, vor allem, wenn man einen 24-Stunden-Betrieb hat, wie in Konstanz. Da gibt es auch lustige Settings. Ich glaube nicht, dass man das in irgendeiner Weise ausschließen kann. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ich würde die Gruppen nicht trennen, ich würde nicht spezifische Bereiche ausweisen, sondern ich würde darauf achten, dass die Settings klar sind. Einzelarbeitsbereiche, wo es ein bisschen leiser ist, vielleicht auch stille Bereiche, Gruppenbereiche, vielleicht auch offene Bereiche, gerade als öffentliche Bibliothek eignet sich das ja auch sehr für, ich meine, das tun viele, gehen zum Zeitunglesen in die Bibliothek, weil sie selber die Zeitung nicht beziehen. Ich beziehe auch nicht den Tagesanzeiger und die NZZ und so weiter und so fort. Ich gehe in die Bibliothek und lese Zeitung. Dass man solche Bereiche schafft. Und Sie sind ja auch noch mit der Münstergasse an einem Ort, wo man auch Fußpublikum, also Laufpublikum hat. Wir haben auch Touristen. Also wir haben alles. Wir haben alles. Bei den Touristen ist es dann schon so ein bisschen schwierig. Also ob man sich überlegt, möchte man die auch haben, die mal nur kurz zum Gucken kommen. Das ist die Frage, inwiefern sie das ausschließen möchten. Und dann kommt es darauf an, was man sich für eine Bibliotheksstrategie auferlegt. Also ich habe jetzt nicht über soziale Schließungsmechanismen gesprochen, aber das ist auch ein Thema, was für Bibliotheken ganz zentral ist. Sind wir eine Bibliothek für alle oder sind wir eine Bibliothek, die einen ganz klar exklusiven Charakter hat? Wollen wir uns nach außen öffnen oder wollen wir nach außen nicht geöffnet sein? Wollen wir uns eher ein Stück weit abschotten? Wollen wir allen sagen, du bist herzlich willkommen, egal was für ein Bedürfnis du hast, ob du mal auf einer warmen Couch sitzen möchtest für eine halbe Stunde im Winter, ob du eine Zeitung lesen möchtest oder was arbeiten möchtest? Oder ob man eben sagt, wir wollen nur einen ganz kleinen exklusiven Kreis haben. Aber auch das schlägt sich dann wieder in der Architektur beziehungsweise in der Gestaltung zum Beispiel von den Zugängen nieder. Kleines Beispiel Oxford. Radcliffe-Camera, das ist, manche von Ihnen werden es kennen, das ist dieser Rundbau, ehemals mit Wandelhalle, jetzt komplett Bibliothek. Außenrum ein ovales Grün mit Zaun. Das ist eine riesige Schwelle. Schon vor dem Zaun steht, das ist das Privatbereich, hier dürfen nur Leser rein, da ist ein Zaun, also ein Tor zur Bibliothek und dann hat man diese riesenlange Passage durch dieses Grün durch, dann steigt man eine Treppe hinauf, durch ein Portal durch, kommt dann noch bei einem Kontrolleur, einem Portier vorbei, der einem auch in die Tasche schaut, der den Ausweis kontrolliert. Also hier ist ganz klar schon, wer sich hinter dem Zaun auf dem Grün bewegt, der gehört dazu, Ingroup und alle anderen müssen draußen bleiben. Da sammeln sich dann auch die Touristen und fotografieren quasi die Personen, die durch das Tor hindurch gehen und die müssen ja besonders wichtig sein, wenn die da rein dürfen. Das ist eine ganz klare Strategie, die sagt, wir sind exklusiv, wir sind was Besonderes, wir wollen bestimmte Leute draußen behalten und das spiegelt sich in der Architektur. Gegenteil, öffentliche Bibliothek, die von außen komplett einsichtig ist, Stadtbibliothek in Tromsö, Glasbau, man sieht hinein, man sieht, was da passiert, man sieht, was da geschieht, das lädt ein, da gibt es diesen Übergang zwischen innen und außen, das ist alles sichtbar, das heißt, man sieht von außen auch, was einen drinnen erwartet und da kommt natürlich auch jeder. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, auch wenn ich sie nicht endgültig klären kann, die Frage ist, was ist die Strategie von der Bibliothek, möchte sie eine offene sein für alle, möchte sie geschlossen sein und dementsprechend zum Beispiel die Zugänge zu gestalten, dementsprechend auch den Zugang zu Regeln und dementsprechend auch die Raumsettings anzubieten. Und wenn man sagt, wir sind eine Bibliothek für alle, kann ich jetzt wieder das Bibliotheksmanifest hervorkrusteln und wir wollen, dass alle Zugang zu Informationen haben und wenn es auch nur der Stadtstreicher ist, der in einer warmen halben Stunde auf einem bequemen Sitzmöbel den Blick am Abend lesen möchte, ja, dann ist das eben so. Aber eindeutig muss es sein. Danke. Gibt es da drüben noch eine Frage? Keine Frage, aber eine kleine Bemerkung. Wenn die Räume nicht genau sprechen, wenn die Zeichen nicht genau sprechen, wenn das Skriptorium nicht verstanden wird, die Schrift, dann gibt es auch noch die Leute, die in Bibliotheken arbeiten. Und ich denke, in einer solchen Situation, da bleibt einfach nichts anderes übrig, als dass die Leute, die dort arbeiten, sich einmischen. Wenn ich vorgestern in der Kronenhalle-Bar war, das ist eine ruhige Bar, da war am Nebentisch eine kleine Gruppe, die haben plötzlich ein Video geschaut auf dem Handy, mit Ton. Und da ist aber sofort der Barkeeper gekommen und hat gesagt, hier nicht, geht nicht. Also ich denke, das ist ja auch, das hat man jetzt nicht gesehen, das braucht es doch auch. Auch heute noch wahrscheinlich. Aber das macht man nicht gern, ich weiß das. Das stimmt. Und da gibt es zwei Faktoren. Das eine sind die Nutzerinnen und Nutzer. Die bestimmen ja durch ihr Handeln auch, wie der Raum gestaltet ist. Also wir sind ja multisensorisch wahrnehmende Wesen und wir haben etwas, das würde Lars Freers das Wahrnehmungshandeln nennen. Das heißt, wir nehmen immer wahr mit einer bestimmten Handlungsintention. Ein Skateboarder würde sagen, boah krass, da kann man hier springen und da gibt es da eine Rail. Das heißt, er guckt sich den Raum, den Stadtraum beispielsweise, ganz anders an als ein Herr mit Fußschleiden, der sagt, oh super, da ist ein Geländer, da kann ich mich festhalten, wenn ich die Treppe runtergehe. Das heißt, mit unserer Handlungsintention nehmen wir auch einen Raum wahr und klar, wenn ich in eine Bar gehe, die eigentlich leise ist oder in eine Bibliothek, die eigentlich leise ist und da spielt dann jemand ein lautes YouTube-Video ab und im schlimmsten Falle lacht dann auch noch laut und hässlich dazu, dann habe ich ein Widerstreben und vielleicht habe ich so viel Zivilcourage, dass ich sage, stellvertretend für alle anderen, die dabei sind, vielleicht geht es auch ein bisschen leiser. Und natürlich, der zweite Faktor, sind die Bibliotheksmitarbeitenden und Bibliotheksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt habe ich es raus, aber sie wollen auch nicht ständig irgendwo hingehen und sagen, scht, und wir fragen uns hier leise. Das ist total anstrengend. Das heißt, wenn man da etwas optimieren kann, dann wäre es gut, wenn man das optimieren würde, auch zum Wohlergehen der Mitarbeitenden in den Bibliotheken. Kronhallen war, Samstagabend kann auch mal verdammt laut sein und da greifen die Kellner eben auch nicht mehr ein. Und das habe ich eben auch schon erlebt. Große, lärmige Gruppen, drei Stück und wir sitzen da zu zweit und wollen uns nett unterhalten und müssen dann irgendwann ausweichen. Also da sehen Sie auch, da ist das Setting je nach Wochentag und je nach Anwesenden auch anders gestaltet. Das ist gerade ein ganz guter Übergang für den Apero. Wunderbar. Dann können wir auch wieder lauter sein, aber vielen herzlichen Dank, Eva, Christina Edinger für diesen wunderbaren Vortrag und auch dieses Schöpfen aus dem Vollen mit all den Geschichten und Bildern. Das war jetzt sehr fassbar und plausibel und ich denke, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe auch Ihnen ein nochmals.